Hallihallo und herzlich willkommen bei einer Neuankündigung des Regnum Let's Plays, Champions of Regnum und diesmal auf Ignis. Ich werde hier den Black Panther nebenbei leben, ein bisschen Let's Showen eventuell auch manchmal und mit einem Kampfmarker, weiß ich jetzt nicht, wie ich den nennen soll, werde ich dann das Let's Play machen, aber ja, nicht mehr ganz so intensiv, aber ihr dürft das gerne, also die Häufigkeit dürft ihr gerne selbst wählen, indem ihr, ja, gut Kommentare schreibt, liked und das Video teilt und so und ja, oder einfach auch nett fragt. Ja, auf Ignis werde ich mich jetzt, ja, weil ich das noch nicht gezeigt habe, werde ich jetzt Ignis machen und ja, ähm, was soll ich noch sagen, wieso sind die Downloads, ah, das wird noch gedownloadet, da haben wir das Spiel. Ähm, ich werde jetzt aber kein Geld mehr oder nur noch wenig Geld ausgeben für ein Pferd oder so, muss ich noch schauen, was wir da für Pferde haben, etwas ausgeben, mehr nicht, also, ähm, es kann sein, dass ich wahrscheinlich wieder gebannt werde, weil die wieder Probleme haben mit dem Account und wieder denke, ich würde cheaten oder unfair sein und sowas und weil sie so extrem Ignoristen sind, bin ich auch ein Ignorist und habe mir einfach eine Account gemacht und ja, es ist ihr Problem, ob ich lasse mich nicht verarschen von einem so schlechten Ding, lasse ich mich nicht verarschen. Wir könnten den Prelilator kaufen. Das ist das Gegenstück wahrscheinlich zum Sirtis Pferd. Oder zum Sirtis Vogel da. Und, ähm, ja, ich weiss es nicht. Am Anfang vielleicht nur ein Panther? Für den werde ich den Panther, genau, für den nehme ich den Panther und für den nehm ich den oder so. Je nachdem, oder einfach nur ein leichtes Pferd am Anfang oder sowas. Okay, ähm, ja, dann, hoffentlich kommt es gut an, dass ich jetzt wieder zurück bin und, ähm, ja, mal schauen, ob wir es dann ein bisschen spannender machen können. Ich, ich, ich habe gute Kollegen jetzt, die auch Ignis sind und, ja, vielleicht helfen sie mir, vielleicht auch nicht. Oder vielleicht könnt ihr mir ja helfen, je nachdem. Aber wir werden durchraschen mit dem Mager und werden dann die Warzone machen. Das ist ja mein Ziel. Das letzte Mal haben wir ja schon angefangen, aber natürlich nicht so schnell, ähm, gut mithalten können und so. Aber, ja, also, fangen wir halt wieder an mit Rechnung, weil zu mir gehört einfach Rechnung irgendwie. Und ich werde tausende Erkanns noch machen, ich werde neue, das Internet holen, dann sehen sie meine IP nicht. Also habe ich eine neue IP, alles mögliche. Und, ja, irgendwann können sie mich da nicht mehr bannen, weil niemand mehr online ist. Ich weiß es nicht, wie, aber, ja, ähm, es ist Gamigo, einer der schlechtesten Publisher, den es gibt. Und da kann man leider nichts machen. Also, ähm, jo, das war's. Was können wir hier noch machen? Ah, das sind die Kampfzonen. Und, ja, wir sehen uns dann im Let's Play. Das kommt die Tage. Also fängt es an. Und, jo, viel Spass damit und auf Wiedersehen.